hallöchen liebes youtube liebe community liebe follower auf meinem kanal und beim old gaming dead lp weiter geht es hier mit dem spiel ost trifft ja wir haben beim letzten mal aufgehört da kam dieser reiter ich glaube das war offline gut ist wurscht auf jeden fall wir exportieren horseshoe also rufeisen und sunflower sonnenblumen und wir importieren lied und honey lied ist ganz wichtig denn ich habe festgestellt ich habe irgendwo einen kleinen planungs fehler lassen mich mal ganz kurz nachschauen weil ich habe bei meinen feldern hier oben festgestellt ich habe angepflanzt sonnenblumen buchweizen kartoffel hanf und was ich vergessen habe ja flachs habe ich auch noch dabei und das war es eigentlich so der reihe nach mache ich das bei den einzelnen feldern habe ich festgestellt ich habe weizen vergessen glatt weg weizen vergessen leute schändlicher leichtsinn dafür habe ich ja also eine zweite farm angelegt die jetzt eigentlich mit masse jedes jahr weizen produzieren muss das ist nämlich dieses feld und das ist die dieses feld und das liegt brach ok irgendwas muss liegen das ist auch brach liegen das ist auch brach auch brach und oder schon wieder irgendwo ein fehler jetzt schauen wir mal wir haben feld 6 feld 6 feld 6 das ist das ist das hier genau da haben wir weizen feld 7 haben wir weizen da oben also zweimal weizen in einem jahr sieben und 88 ist dieses feld warum habe ich das jetzt brach gelegt was so damit ich dann im übernächsten jahr auch wieder zweimal eins zwei drei vier fünf sechs ja mehr geht ja nicht ja nee das passt schon das haut schon hin überall weizen 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 jedes jahr zweimal weizen ok weil wir brauchen viel weizen für nämlich die tiere wir haben mittlerweile schafe wollte ich sagen nein das schaut aus ihr wie schweinchen wie pick 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 pack book und dann haben wir natürlich hier unsere schäflein oder wo sind sie da sind die schäflein und und ja kuriosität da beschäftigen wir uns heute mal damit aber nur ganz kurz es wird auch ein kurzes video für euch da wollen wir mal gucken oder schauen wie weit sind die schon die brauchen also noch ein stück bis sie da sind dann machen wir mal hier ein bisschen dampf damit die zeit ein bisschen schneller vergeht stoppen können wir ja immer wieder ich habe festgestellt dass ist das schon erhebliche einstellungsprobleme gibt weil bei mir sind zum beispiel die schweine gestorben es sind hühner gestorben an wassermangel und es sind schafe gestorben an wassermangel obwohl wir eigentlich genug von dem ganzen zeug haben feld da gehen weg das heißt wir können bald wieder überall vollkommen 100 prozent leute einsetzen soweit vorhanden ja und also schauen wir uns einmal den die transport möglichkeiten an wenn wir also jetzt hier drauf klicken dann können wir hier auf ressource supply gehen und dann sehen wir zum beispiel bei dieser schweinefarm was die brauchen also wir können selber einstellen und wir sehen die transport möglichkeiten das haben wir also fast bei allen betrieben die wir im gang haben 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 wir die möglichkeit die verschiedenen transport wege einzustellen nämlich dass worker by hands material besorgen genauso worker by card also die fahren dann mit dem auto lehrer um und bringen das zeug und die lalböras die bringen es per hand und per card und wenn wir den karte anklicken das ist eigentlich der ich würde mal sagen das ist der fuhrmann aber wir haben eigentlich keinen fuhrmann außer wenn man jetzt hier in dem car sheet schaut haben wir einen worker jetzt ist die frage dieser worker fährt der auch mit dem karren rum und transportiert waren nämlich so wie wir es hier eingestellt haben nämlich einmal supply for construction also das heißt wagen benutzen für konstruktionen sprich häuser bauen etc oder regular da virus also für reguläre transporte sprich nahrungsmittel andere ressourcen hin und her transportieren und spezial transporte das haken wir auch einmal mit an ich sehe immer nur dass so ziemlich alle wagen die wir haben hier in dem 1 2 3 4 5 wir haben 5 autos und wir haben ja noch mehr solche stationen die stehen eigentlich mehr oder minder stehen die rum so jetzt geht's auf die nächste weite mit die schäfle okay einmal frei und ja da habe ich mir mal jetzt den kopf drüber gemacht aber der kopf hat nichts her gegeben muss ich ganz ehrlich sagen also wir transportieren wir brauchen ressourcen so ob das jetzt auf dem marktplatz ist oder ob das jetzt auf der handelsstation ist wir brauchen ressourcen die irgendwo hin müssen und wenn wir jetzt uns das hier angucken und sagen worker by hands by card laborers bei hands by cards dann habe ich mir gedacht mensch bei hands das tust du alles aus klicken also sprich häkchen raus machen und dann sollen die nur per card die ware anliefern weil ich gedacht habe das geht wesentlich schneller ist effektiver die ganzen auto die wir haben die sind dann ausgelastet zumindest so weit wie möglich und wenn die jetzt das zeug ja warte mal dann machen wir jetzt mal auf langsam sonst läuft uns die zeit davon und wenn wir jetzt hier wieder hergehen und sagen ja die sollen das per hand auch machen also per hand dann laufen leute rum mit einer hand voll getreide wasser eier schlag mich tot weiß ich nicht mehr das kostet zeit weil die müssen ja etliche wege zurücklegen nämlich von a nach b und die können teilweise sehr weit sein also habe ich das alles per hand habe ich abgeklickt also das ist nicht machen und dann habe ich festgestellt irgendwie funktionieren die transporte dann nicht mehr so gut also habe ich jetzt zwangsläufig das jetzt wieder angeklickt dass also alles was transportiert werden soll entweder per hand oder per karren transportiert werden soll damit ich sicher gehe dass alle notwendigen ressourcen dort hinkommen wo sie hinzukommen haben dann habe ich festgestellt wenn wir jetzt zum bleistift ja wir gehen nochmal runter auf unsere und auf unseren verkaufs verkaufszentrum exportzentrum ich habe jetzt verschiedene sachen eingestellt dass die temporär abgelagert werden das heißt also sunflower oil habe ich 46 jetzt hier im lager drin das habe ich hier auf temporär gestaltet so ist es weg und so ist temporär eingeschaltet wenn ich jetzt die 46 oils verkauft habe fliegt quasi dieser posten raus macht einen weiteren slot frei wo ich später wieder was neues reinziehen könnte wenn ich nämlich jetzt hier alle slots voll habe und jetzt kommt irgendeiner aus der stadt also wie der hier zum beispiel das müssen wir jetzt bearbeiten leute hilft alles nichts dann müssen wir jetzt einmal schnell umschwenken apple apple haben wir keine honig haben wir nicht klaus verkaufen wir nicht sonnen sunflower öl könnten wir verkaufen 46 wir müssen halt einmal sechs und kurz gesagt müssen wir auch aufpassen dass die leute noch genug selber für sich auf dem markt kaufen können aber das ist mir eigentlich jetzt momentan wurscht weil ich ich bin jetzt wieder von über 2000 euro auf 1700 runtergerutscht das heißt ich muss jetzt erst einmal verkaufen damit ich wieder geld rein kriege 7123 7000 verkaufen das gibt uns 350 euro backwit wir könnten jetzt backwit wir könnten jetzt backwit nehmen wir könnten jetzt backwit nehmen gehen wir auf cancel gehen hier hin wir haben ein slot frei und dann sagen wir backwit wo sind backwit da ist backwit und sagen naja sagen wir mal 300 ein bisschen was sollten wir für uns ja auch bereithalten und das setzen wir also auch auf tempo wäre so und das wird jetzt angeliefert so lang lassen wir das jetzt mal hier laufen und stehen damit wir das auch sehen dass das angeliefert wird da ist nämlich einer der richten im auftrag das würde der hier wahrscheinlich sein der macht gar nichts oder das ist ein fauler hund also der bringt uns auf jeden fall kein backwit wie es ausschaut ja dann machen wir hier weiter gut so wenn wir dieses backwit haben zur rechten zeit bevor die händler eingetroffen sind können wir es verkaufen wenn wir natürlich die 300 erst haben wenn der händler eingetroffen ist dann haben wir die a karte gezogen weil dann geht er wieder und sagt bei dem kaufe ich nie wieder ein weil der kann mich ja nicht einmal beliefern obwohl er gesagt hätte er würde backwit verkaufen gut so jetzt kommen wir wieder zu den transportmittel da können wir eigentlich hier auch drauf gehen das ist wurscht egal habe ich also auch wieder jetzt alles angeklickt eben weil diese ganze transport ketten sage ich jetzt mal wenn man sie nur per kart macht irgendwie nicht so funktioniert also es geht aber irgendwie langsam warum kann ich euch beim besten will nicht sagen also wer dieses spiel schon mal gespielt hat wer sich da auskennt oder vielleicht irgendwo in wikipedia irgendwas über diese transport einstellungen gelesen hat möge es mir doch vielleicht im kommentar schreiben wo ich nachgucken kann oder haut es mal den link in den kommentar rein weil wie gesagt da habe ich jetzt noch nicht so richtig durchgeblickt warum muss ich diese worker by hands und die laborers by hands auch anklicken damit es funktioniert alles weil wenn die rumlaufen brauchen sie erstens einmal recht lang von a nach b ne also sprich von hier oder bis bis ganz rauf zur schmiede dann sind die ewig unterwegs und habe mir gedacht diese zeit können sie effektiver woanders arbeiten soll jetzt haben wir märz und im märz ist es so dass ausgesät wird jetzt verlassen wir einfach mal schnell mal diesen punkt wir müssen jetzt mal hier rauf hüpfen geld kriegen die jetzt keins und wir haben momentan märz da wird ausgesät eigentlich eigentlich müsste das hier eigentlich schon alles voll sein und hier schaut es wahrscheinlich auch nicht anders aus ja doch hier haben wir fünf leute schon einmal die angeblich arbeiten sollten hier haben wir erst eine also es werden dann schon noch leute dazu stoßen wenn wir wiederum folgendes machen wenn wir irgendwo leute haben die mehr sind als zwei dann tun wir die ganz einfach canceln da ist sowieso bloß einer drin da sind zwei drin da sind drei drin das land wenn zwei drinnen sind einer und hier die frauen braun zum beispiel in den wahren häusern da langt es wenn wir also eine einzige drinnen haben da brauchen wir keine zwei und dann werden die nämlich frei und können als labeurs eingesetzt werden ähm carpentry da brauchen wir auch bloß einen die zwei müssen wir lassen da der schmied kann auch mal alleine arbeiten der muss also nicht immer einen zweiten mann haben für schlechte zeiten muss man halt einmal ups das in kauf nehmen und muss die einfach hier rausschmeißen die lassen wir zu zweit und bei die schafe haben wir zwei die lassen wir auch bei die hühner dann machen wir mal eine weg und wo haben wir noch welche da müssen noch zwei drinnen sein die schmeißen wir auch raus weil dann können die nämlich als labörer eingesetzt werden äh da brauchen wir einen noch da haben wir einen da brauchen wir äh vier nein machen wir einen weg das muss langen da haben wir einen im wahrenhaus haben wir zwei eine weg dann müssten wir nämlich genug leute bekommen um unsere felder alle bestellen zu können dann schauen wir mal ob die rechnung aufgeht ne da sind wir äh momentan sind es erst zwei die kommen erst alle noch ne gut das mit dem geld das regeln wir später wir gucken aber noch einmal welche die transportwege ne oder transportmöglichkeiten ja das war eigentlich das was mir aufgefallen ist dass wenn man worker bei card und labörer bei card wenn man nur das angeklickt hat ähm hat die lieferung nicht so hundertprozentig geklappt deswegen sind mir auch teilweise eben hier die tiere gestorben weil die nicht genug äh futter oder trinken bekommen haben also musste ich die wieder alle musste ich das alles wieder aktivieren ja also wie schon mal angesprochen sollte jemand das spiel schon von euch gespielt haben oder zufälligerweise drüber gestolpert sein ähm wie das zusammenhängt dann wäre es recht nice wenn er mir ähm davon mal ein bisschen was schreiben würde damit ich da einen einblick habe oder besser gesagt einen durchblick habe warum sich manche sachen äh so irgendwie außergewöhnlich verhalten oder habe ich vielleicht zu kompliziert gedacht kann natürlich auch möglich sein dann die nächste variante wenn wir zum beispiel wir haben ach nehmen wir einfach mal das hier nehmen wir an wie wir haben hier viele sonnenblumen jetzt haben wir null und sonnenblumen brauchen zum beispiel die die schweinchen so jetzt wäre es normal die labeurs oder die die workers holen sich aus der granary die sonnenblumen die sie für die schweinchen brauchen kann aber auch sein dass die manchmal gar nicht reagieren aus welchen gründen auch immer und dann kann man aber hergehen und sagen hier in der granary habe ich jetzt sonnenblumen sonnenblumen die zu null prozent sind also nehmen wir ein anderes beispiel gucken wir mal hier haben wir hier sonnenblumen ja wir könnten jetzt wir haben im stock haben wir 100 sonnenblumen wir wollen diese sonnenblumen woanders hin transportieren weil wir die dringender woanders benötigen um die tiere am leben zu erhalten als wie sonnenblumen zu verkaufen also gehen wir hier unten bei move resorts bei card dann gehen wir auf sonnenblumen wo sind sie denn sonnenflowers und sagen okay 50 von diesen sonnenflowers da klicken wir hier auf diesen weißen pfeil die sollen woanders hingebracht werden nämlich hier zu die schweinchen und dann klicken wir das an und dann wird es dahin transportiert dann haben die auch wieder sonnenblumen und können ja fressen das ist also eine möglichkeit um von einer station zu einer anderen station schnellstmöglichst ressourcen hin und her zu schaufeln so gesehen normalerweise müsste das eigentlich alles selbstständig durch die leute gemacht werden die wissen rein theoretisch wo was liegt was ich jetzt zum beispiel nicht weiß hier in unserem trading post haben wir ja verschiedene sachen ich weiß jetzt nicht ob die jetzt aus dem trading post die leute hier aus dem trading post sachen entnehmen dürfen glaube ich nämlich nicht wäre ja auch ein schmarrn weil wenn ich sage ich möchte im verkaufshandel 7000 holzkohle haben dann können nicht die leute hergehen und einfach hier aus dem trading post sich holzkohle holen weil dann habe ich ja keine 7000 zum verkaufen weil wenn jetzt da der händler kommt und will 7000 haben gucke ich hier drauf und auf einmal sind bloß noch 5000 drin also ist es für mich jetzt logisch dass aus dem trading post heraus die leute keine ware nehmen können und auch nicht dürfen okay was anders ist zum beispiel jetzt das warhaus und die granary also lebensmittellager und normales warhaus für andere ressourcen also nicht lebensmittel ich glaube da dürfen und können sie sich gemeinsam bedienen das heißt also die vom markt stand geht hier in die granary oder ins warhaus holt sich das zeug was sie braucht und die leute die hier anbauen in den gärten können a ihr zeug selber verwerten b auf dem marktplatz verkaufen oder in der granary ja anbieten zum kauf das heißt also die stadt die stadt würde das dann aufkaufen und über den marktplatz haben wir hier die möglichkeit die preise zu reduzieren oder zu erhöhen das heißt also alles was wir über den marktplatz über warhaus und granary glaube ich veräußern werden wir zu 100% veräußern also so sehe ich das jetzt also wie gesagt mein letzter weisheitsschluss ist das jetzt nicht unbedingt also sollte einer von euch mehr oder besser bescheid wissen dann sagt es mir bitte weil es ist es gibt nichts schlimmeres als so ein Simulationsspiel ja durchzuführen wenn man die ganzen versteckten ich will jetzt mal nicht sagen versteckten Möglichkeiten oder oder Werdegänge die es hier gibt die hier implementiert sind wenn man das also nicht begreift oder nicht weiß ja wenn man es nicht begreift ist blöd wenn man es aber nicht weiß wie was zusammenhängt und wie was funktioniert und was am effektivsten ist ja dann ist man gezwungen wahrscheinlich zwei drei mal anzufangen weil man jedes mal irgendwie auf die Nase fällt weil man dann nämlich rum experimentieren muss und sagen jetzt probiere es mit diesen Einstellungen morgen probiere es mit denen Einstellungen übermorgen mit den anderen und so weiter und so fort das hat ja kein ja es hat schon einen Nährwert denn man hat das dann selber herausgefunden aber wenn es halt Möglichkeiten gibt ja übers Internet das vielleicht ein bisschen abzukürzen die Schmerzen die man nämlich in diesem Spiel dann erträgt ne oder ertragen muss weil man jetzt das dritte oder das vierte Mal neu anfängt weil man es halt einfach ausprobieren muss was ist am effektivsten an den Einstellungen das könnte natürlich dann schon ein bisschen an der Substanz zehren okay jetzt habe ich 23 Minuten euch voll gelabert ne der helle Wahnsinn ja das soll jetzt einmal so die Behandlung des Themas Transportmöglichkeiten gewesen sein und ich hoffe ihr konntet ein bisschen was draus entnehmen ich bin natürlich auch froh wenn mir jemand was drüber schreiben kann oder mich aufklären kann ja und in dem Sinne sage ich erst einmal Dankeschön fürs Reingucken und denkt an der Like Kommentar und ja gegebenenfalls Abo ziehen vom Kanal beziehungsweise Werbung machen ne ja und dann in dem Sinne verbleiben wir dann erst einmal mit Oldtrio bis zum nächsten Video tschüss tschüss bye bye adevideci euer oldgaming.lp Bis zum nächsten Mal.